Was? Zei wir was? Nein, er nimmt dich jetzt nicht auf. Naja, das ist genau was ich will. Ja. Na, sag ich doch. So, lass uns zocken, oder je kacke ist es dann nützt. Hey! Ach, Mann, ey. Dann siehst du, lass uns gerne suchen. Ne, ich hab die Haarfarbe geändert. Toll, cool, wa? Ja, und ich hab sie länger gemacht. Willst du mal sehen? Und ich hab ein HD-Ultra-Defination mit 20.000-Holigomen-Kotzen gemacht. Und ich hab tausend Sachen gelöscht. Alle Schuhe, muss man mir angucken, weil die Schuhe sind null. Ja. Das liegt aber, glaub ich, an den... Ja, das liegt bestimmt an den Boden. Guck mal. Guck mal hier, meine Schuhe. Guck mal meine Schuhe. Alter, wieso hält der das schräg? Ja. Ich hab gar nichts mehr. Da unten ist keine Textur. Na. Tausend Sachen. Ja. Ach, das spart. Das spart unheimlich. Und ich steh schlecht da. So. So, guck mal, die langen Haare. Wie find's denn? Wackelt die hinten eigentlich? Ich seh die nicht. Oh Gott, scheiße. Oh Gott. Da muss ich leider noch beinauen. Mit meinem Kopf. Ach, das war mir scheiße. Ich wollte schon löschen, denn ich hab keine Bock gehabt. Oh Gott. Das gibt mich nicht. Nervig. Na, ich stehe so weit von dir. Guck mal, ich stehe gerade. Okay, ich sehe gerade wieder mal. Was ist denn jetzt? Guck mal! Guck mal! Ja, was ist das? Guck mal! Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verraten kann, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verraten kann. Der ist schon wieder geflüchtet. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Du musst es selber fixen. Und indem du jetzt Menü drückst, also richtig das VR-Menü, Open VR, dieses neue Ding. Und dann die Tracker nochmal selber einstellen. Du kannst jetzt die Hälfte einfach hoch und runter machen. Ich stehe jetzt gerade da. Nur so ein bisschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich liebe dieses Full Body Tracking. Das ist so geil, ehrlich. Das ist so cool. Ich habe jetzt den gestern und vorgestern gefixt und jetzt sieht er echt fast gut aus, oder? Wie ne leere Polybone. Das ist doch ein Witz. Malst du mir deine PIN von deiner Kreditkarte mit auf? Was war das für ein Schrank? Ach du Scheiße, ich lege weiter vorne. Alter, jetzt ist das Tracking perfekt. Jetzt will ich am liebsten einfach speichern. Ja, ja, okay. Ich lege jetzt morgen wieder. Kann ich wieder komplett einrichten. Jahrhade. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich finde deine Farben sind irgendwie so kraftlos, irgendwie so grau. Meine leuchten richtig, aber du bist halt angeschmutzbar. Der sieht cooler aus, irgendwie. Der sieht cooler aus, irgendwie so kraftlos. Die kann man da benutzen, diese Noten-scheiß-Buttons. Die geht gar nix. Wie geht das? Wie geht das? Guck mal, ich drück da auf, das geht gar nix. Aber wie geht's noch, oder? Wie kommt ihr bitte auf das Lied, auf die Brüne? Im Ernst? Da krieg ich gar nix bei mir, gar nix mehr. Was ist mit der Kamera, ey? Nächstes Elpin? Fünf, vier, drei, vier. Ja! Geld ausgeben! Geld ausgeben! Geld ausgeben! Ich bin zu Täuschheit, das ist auch besser als Bittes. Weil einer so geboren ist, ich muss so gerade stehen. Das ist Kri-ish. Das ist Kri-ish. Das ist Kri-ish. Das ist Schara-Ingin. Das ist Morhen. Das ist Täuschheit. Nein, das ist Spaß am. Neue Leute kennen die anders. Mit meinem neuen Avatar. Long hairs. Wie findest du meine neuen Augen eigentlich, ich hatte vorher andere. Let's go! Hey, guck mal, sie ist wieder da! Ja, ja, alle neugne! Hoi! Oh, ich kippe halt hier. Fuck. Nøglig gubbel kommt zurück, ich sage, guck, ja, das hätte ich gerne mit Scharnack an. Hoi! Oh, ich kippe halt hier. Neeein! Hoi! Boah, blöde, ne, ne, ist so ein Piano. Nein, mein Kugel haben sich gegenseitig aus K.O. gehauen. Oh, da kommt gut, wenn er hier drauf. Nein! Gut. Hast du noch? So, öffne den Sand. Gut. Gleicht! Hoi! Ich hole dich. Ich hole mich. Ich hole mich in den Musik los. Guck mal, jetzt wer ist. Allzu wenig. Ich muss die Unity-Physik erst mal studieren. Nein! Ne, war selten. Ich wurde immer Rattenkönig. Nein! Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Ja! Den Tobi. Rattenkönig. Der Loser. Und Strike. Und Strike. Ja. 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 Victory ist mein Lieblings. Kugel. Hau. LOL. Was ist da passiert? Was machst du, hey, Cheetah? Oh nein, über die Kugel! Ich komm nicht auf, über die Kugel! Ich komm nicht mehr zu zählen! Nein! Echt? Was ist da? Was? Echt? Da ist ein Typ gekommen! Ja, ich geht mit! Let's score! Jeff Gax! Faster! Look at this! Pass! Okay, mehr Power! Puts! Puh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, Faster! Puts! Oh shit! Pum! Look at this! Strike! Ultra fastball Look at this! Pum! Pum! Nooo! Nooo! Lass ihn jetzt in die Kugel! Pam! Faster! Jet Gax! Don't cheat! Ha! Fuck! I don't hit the... ...right... ...corner! ...corner! My! Was heißt Bahn auf Englisch? Pats! Oh! Oh! ... ... Oh, look at this! Hä? Seht ihr das jetzt? Ja. Nice. Hey. Ich erinnere, da kann ich echtes Tracking. Jetzt machen wir schon mal, ob ein Licht ist an. Oh nein! Also das Jöradel werfen muss ich glaube... Ha! Guck, look at this! Ja, das ist fies. Ha! What have I done? No! Okay, last. Last turn. Ha! Yeah! Hey, du hast gar nicht gewonnen, ich habe noch ein Monat. Ne, guck mal da steht ja im Ohr, ehrlich. Oh Gott, ich habe noch ein Monat. Ich habe noch einen Pack. Ja. Die konnte ich gerade wieder hinbekommen. Ich habe gejahrend. Ich fahr da ja nicht so nah dran, ey. Das ist die App. Ich hatte noch einen Job. Ich habe noch collector. Ich hatte noch ein Monat. Es hat er nicht gesagt. Ich habe noch zwei. 2 wenn ich jetzt strike habe ich 2 ich hebe dich wieder auf das ist deine schuld warum kam der blaue nicht zurück der hat doch gar nicht nieder spielt auf 3 bahn ok los komm, next world ja ich will es aber mit mehr Leuten naja wir haben eine halbe stunde nur noch naja, das habe ich echt nie geschen wollen naja, 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 ja naja, 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 naja naja, naja, naja naja, naja I'm turning, I'm turning, I'm turning off the light. Nee, ich hab, bin kurz aus dem Layer-Base raus hier und hab die mit Licht ausgemacht. Jetzt. Was will er denn jetzt, Yannick? Kann er mich jetzt nicht mehr tracken, oder was? Hey, Vandalz! Hey, Jus! Fucking alter, mein fucking Charakter, ey. Ich geh noch mit rauszukommen, ey. Ja, mein Charakter packt doch ab wie ohne. Ja, der packt richtig ab. Die Kinect ist richtig im Arsch. Kann ich gleich ausmachen. Ich hab alles abgeworfen, oder? Gäste? Tee? Gäste? Nein! Enfangen wir das, was er hier ist, ich hab die Länge mit Ömer. Und wir vollkommen. Und wir kommen jetzt. Gäste? Oh? 澆? Oh! T-T-T-T-T, sì. Okay. Der Leckwischtoch am Arsch ist. Hab ich ausgemacht. Was will denn das, ey? Wie du machst ein Foto von dieses? Ich hab gar nichts immer. Shit, Feuer, Shit und fuck alles. Was will denn das, ey? Ich hab nichts mehr. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und dein Element ist ein Ich weiß, was du machst, was du machst. Ich lege dich im Hintergrund. aber ich kann nicht sagen, was du mal mantraierst. Ich kann mich, warum du dich denkst und was du, Was ist das? 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 Theaterwerk Hey dudes! Hello! Hello! Oh! Oh my god! Oh my god! Okay where is the bully? I can't even find the bully I can't even find the bully I can't even find the bully There is someone behind me There is somebody behind me There is someone behind me There is someone behind me And they were full body-footing They were all small I can't even find my hips We are going Can we get it? Can we get it? I can't even find the bully Let's play this We can control the movie Cut! Stop the movie! I want to see what the movie looks like Okay Okay Keep it Keep it in You want to know what it is? Got it New Who did it say You were worse than I thought You were worse than I thought You were worse than I thought Oh my god! It sounds Oh my god! It sounds Oh my god! It sounds Das ist in your world! Das ist in your world! Wait a second... What is this model? What are you? You look like you're from Star Wars I don't know Don't make the sound dead What is this? It's like a Am I glowing? Am I glowing? I don't know It's something from I don't know You don't say I'm scared You sound like you're Eating a toothbrush Where are you? It's okay Wait what? Zero I can't draw I can't draw They're just going like Give me an invite please I'm fucking full body tracking Don't worry, fine That's what they just sound like It's a Oh, sir, thank you I just turned the music off It's so loud My music? Okay. Ja, die Trigger haben den Rollsmechanik. Es ist 2.20 Uhr, ich bin raus. Oder ich mach die Trigger kurz aus. Ach, Mann ey, das nervt. Ach, der hätte ich auch nicht gehabt. So, kein Gesicht. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Wo gibt's denn den Schläger? Seb, du bist immer wieder raus. Sorry. Aber nicht lassen. So. So. Du kannst du es! 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 Wo ist mein Schläger? Ja! Hier drin Ja, wie das ein Ufer Sport Ihr kann das nicht triggern, nicht triggern, nichts hätte Ich schaue dir nicht, dass er kaputt ist, ich sage ich kann es nicht aufheben Was ist denn jetzt hier? Loll! Wie hab ich denn mitgebracht? Ich möchte den Schläger auch nicht wie ein richtiger. Ich möchte den Schläger auch nicht wie ein richtiger. Ich möchte den Schläger auch nicht sagen. Ich möchte den Schläger auch nicht sagen. Höhöhöh! Das war mir ne Ehre. Ich muss mir den Controller wieder anjagen und noch einbalken. Bis morgen ja nix. Morgen kann man revanche. Ja wir können morgen revanche machen und cool. Was? Doch, also Mühe. Nein, nein, nein. Morgen können wir noch mal spielen. Ich guck mich sehr leid. Hat aber heute auch nicht funktioniert, ey. Ich weiß nicht, dass ich mich einfach erleben kann. Ich gehe doch auch noch. Ich habe jetzt die Karte, ich bin's. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so mache. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so mache.